So, wir sind in Thai-Life. Gehen wir nicht so sehr häufig hin, ist eigentlich ein bisschen mehr für Touristen. Aber wer mal ein wirklich leckeres und preisgünstiges XXL-Schnitzel mit Pommes essen möchte, ihr bekommt es. 195 Grad. Kann man mal gar nicht meckern. Und ausgesprochen lecker. Schönes Ambiente. So, wir sehen uns beim nächsten Mal.